Das ist ein Kirschbaum und der hat eine ganz schöne Geschichte. Als ich fünf Jahre alt geworden bin, habe ich mir von meinen Eltern einen Baum gewünscht. An dem sollten wachsen Kirschen, Äpfel, Karotten und Birnen. Und da haben mich natürlich im Kindergarten alle ausgelacht und haben gesagt, das geht nicht, so einen Baum gibt es nicht. Und Karotten wachsen übrigens in der Erde. Und dann bin ich fünf Jahre alt geworden und dann haben meine Eltern mir einen Baum geschenkt und an dem hingen natürlich Kirschen, Äpfel, Birnen und Karotten. Genau, und die haben mir halt damals dazu gesagt, dass nichts unmöglich ist und dass es für ganz viele Dinge Wege gibt. Und die meisten der Sachen waren natürlich mit Bindfäden befestigt. Aber manchmal gibt es halt auch ganz leichte Lösungen für Dinge, die unmöglich sind. Und am Baum müssen die ja nicht automatisch wachsen. Das ist die schöne Story. Das hat ihn interessiert, er war mit Begeisterung dabei. Das war voll schön zu sehen.